Das ist Thilo. Thilo ist Taucher und eins von vielen Motiven auf den Easy-Bee-Trinkflaschen. Weil Thilo neu im Team ist, kann er sich noch gar nicht vorstellen, wie das ist, Teil einer Easy-Bee-Trinkflasche zu sein. Ina, der Marienkäfer, kennt sich da schon besser aus. Sie begleitet viele Kinder täglich durch ihren Alltag. Sie erklärt Thilo, warum er Glück hat, ausgerechnet auf einer Easy-Bee-Trinkflasche gelandet zu sein. Die Easy-Bee-Trinkflaschen gibt es in verschiedenen Größen. Alle Teile der Flasche sind schadstofffrei. Auch für den Druck von Ina, Thilo und den anderen Motiven werden nur lebensmittelechte, schadstofffreie Farben verwendet. Und das merkt man auch. Die Flaschen sind geruchs- und geschmacksneutral. Das gefällt Thilo. Als Taucher liegt ihm die Umwelt sehr am Herzen und er möchte zukünftig einen sauberen und gemütlichen Lebensraum haben, zu jeder Jahreszeit. Deshalb sind die Easy-Bee-Trinkflaschen sowohl für erfrischende, kohlensäurehaltige Getränke, als auch für Heißgetränke bis 100 Grad ausgelegt. Dazu gibt es auch eine Thermohülle aus Neopren, die die Getränke kalt oder warm hält. Außerdem erklärt Ina Thilo, dass er keine Angst vor Tauchgängen in die Spülmaschine haben muss. Die Trinkflaschen sind spülmaschinenfest und halten das locker aus. Man kann den Deckel und Verschluss auseinanderbauen. Dadurch bekommt man die Flasche einfach und komplett sauber. Ina ist sehr stolz. Die Trinkflaschen von Easy-Bee sind wegen der 10 Jahre Zufriedenheitsgarantie besonders nachhaltig. Mundstücke können bei Bedarf aber trotzdem nachgekauft und ausgetauscht werden. Thilo ist schon ganz gespannt, welches Kind er täglich begleiten darf und freut sich darauf, viele weitere Motive zu entdecken. Übrigens, wer im Sortiment sein Lieblingsmotiv nicht findet, kann sich ab 200 Trinkflaschen sein ganz Persönliches gestalten. Zum Beispiel für den Sportverein, die Schule oder die Firma des Vaters. 셨 Zum Beispiel für den Sportverein, die Schule oder die Schule oder die Schule oder die Schule gerne канал. Bis zum Beispiel für den Sportverein. Bis zum Beispiel去 cares. Vielen Dank.